so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part minecraft beim letzten part haben wir leder geholt unser inventar gefüllt mit lauter crap und jetzt gehen wir nach hause und planen wir können jetzt schon mal einen weg planen und zwar den planen wir hier entlang hier nach hause wir planen den weg nach hause und dann haben wir nämlich den weg und wege sind führen zum ziel wege führen zum ziel so ich hoffe ihr versteht wie ich das hier eigentlich plane so und wenn ich es auch nicht so schlimm hier sind ja noch bäume dann nehmen wir hier die schaufel macht sich lang egal so lange dieses wie sie es macht können wir ein bisschen weiter gehen das war es die schaufel ist weg der schleimball in der hand wer fährt hey kumpel werf komm hier ist die base nein ich brennen werf okay stirbt ein stück stück macht mir spaß nicht brennen zu sehen mein freund ich brauche zu essen geht das lang was lang genug gestorben und ich darf nicht vergessen was zu essen hat sich gereimt hey yeah it's the rhyme yeah it's the rhyme darfst nicht vergessen was zu essen sonst ist scheiße hei hier so ist scheiße hei wieso sage ich ausdrücke immer leid macht man nicht habe ich deswegen kommt gleich die musik mein kopf bestraft nicht gleich die musik das gehört okay jetzt kommt die musik die sehr emotionale musik die musik die der zeigen soll nein er sagt keiner ausdrücken dann das place außer in the walking dead der ist nämlich das ist nicht eher 18 ja das solltest du tun genauso solltest du rosa schaffe in ruhe lassen ich kann nichts ich kann nicht rumlaufen und die sachen die hier sind nicht abbauen nicht nicht abbauen meine base ist so hässlich also jetzt also schlimm ist nicht aber wenn ich meine schau für noch daheim brownies das ist ja immer noch klein wie praktisch bisher wo ich hier war haben wir zu wenig platz hier mädels vielleicht haben wir zu wenig ich gebe euch mehr platz okay ihr habt gewonnen ich habe nicht genug zäune ich gebe euch mehr platz ihr braucht nicht so viel rum man und jammern ich gebe euch mehr platz ihr habt das so gewollt und ich habe 32 ach so die kühe die ich umgehauen habe richtig und habe ich auch noch hier so dann können wir das abnehmen und habe ich noch sieben schweine umgehauen jawohl das ist ja so nice alles den ganzen schritt können wir es rein tun das leder die sugarcane kiste gab es da eine ist immer wie lange ist es ja dass ich ist doch schon länger her dass ich hier war das zeug wächst nicht vielleicht war ich zu weit weg oder so naja wir haben 25 papier noch mehr sugarcane dann bauen wir uns mal den zauberturm oder eine zauberstelle machen wir sie unten hier oder so oder hier ist mein hier ist der mülleimer und die rolle schilds erkennt er sonst keiner was das mülleimer ist oder dass ich sie dann ich habe morgen von dem song morgen von den song von justin bieber sehen sie hier sehen sie hier der was doch kein d der mülleimer nee es ist kein eimer der mülle müllort das könnte ihn jetzt wie das Kind im auto mordor m müllort ein schild direkt über lava snp für dieses schild denn dieses schild brennt nicht also hier ist hier ist relativ hässlich der raum wir können den mal ausstatten und ein enchantment ding draus bauen und dafür brauche ich erstmal eine werkbank ja die habe ich auch da drüben die baut man bücher wie baut man sie ja leder oder so hier und papier so sehr schön so ja ich wollte ich habe vergessen den denen den schafen größeres haus zu geben aber in größeren zauberfläche zu geben dass sie ein bisschen schneller wachsen und gedeihen können bücher meine freunde das ist wichtig bücher sind wichtig bücher da kann man einiges drin und schreiben das schön so so mit 19 bücher alle müssen noch diese bibliotheks dinge bauen genau wie war das bücher in der mitte und holz außen rum oder jetzt auch ich bin gut sehr schön ein buch zu viel das nehmen wir dann zum lesen macht auch nichts ein buch zu vieles ok dann müssen wir schauen dass der raum ein bisschen schöner wird also das sieht nämlich nicht gut aus wobei wir erstmal den ort sitzen können wo wir es machen und wir hier reinkommen 1 2 3 hier hier kommt der enchantment table hin planen wir planen wir zunächst so man sieht ja eh nichts dann außen rum und dann muss man wie viel platz lassen so außen rum so geht das schon holt ihr mal wissen oder so naja es geht sehr schön da ihr seht ihr dieses wissen wie es rüber fliegt so sehr nice jetzt können wir mal unser schwert rein tun und haben schon level 12 zum verzaubern nice unsere rüstung geht langsam kaputt aber das ist schon mal hier sehr schön das heißt wir wissen wie groß wir bauen müssen wir müssen den er hier irgendwo um bauen aber zunächst kümmern uns um die schafe kümmern uns um die schafe hey ja das ist ein haus so damit auch jeder weiß zäune genau das war hier mit holz schon wieder mein holz ist schon wieder weg mei mei aber ja da ist ruhe da drüben es ist nacht dann ist ruhe da drüben hier dann jetzt hat sie gewachsen das ist schön so also jetzt jetzt kann man nichts mehr sagen hier jetzt könnt ihr nichts mehr sagen mir fehlt eine axt mädels lass uns eine axt bauen jetzt können die schafe nicht mehr rum jammern sie haben ein größeres gehege und damit mehr freiheit und wer mehr freiheit hat der ist amerikanische wer amerikanische ist der ist freier und um freiheit liberty jetzt auslage ich für zeug bräuchte ich sollte was essen erstens weiß jetzt schau ich was soll ich machen was wollte ich tun ist schau ich das nur an steigt es an ne axt wollte ich bauen sagt sagt es halt wollte mich nur leiden sehen ihr wollt mich doch nur leiden sehen so vorrang nun schafe riecht die neue freiheit und das neue gras auf der anderen seite auf dem anderen auf der anderen seite des ufers pass auf dass ich euch pass mal auf dass ich euch nicht erwische hier hier weg bitte ne das ist gefährlich weg da bitte Achtung Achtung ich knapp sehr schön erkundet euer neues gehege habt keine angst meine freunde es ist ein schönes gehege glaubt mir yes so nice dann habe ich eine schere dabei jawoll benutzen wir sie doch schön 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 oh ja ist sogar instant wieder gewachsen die haare zack wow das gab viel wolle dann ähm brauche ich vor allem ich finde vor allem weiße wolle schön und dann benutze ich jetzt meine letzten drei weed oh jetzt weiß ich nicht wer weiß wer weiß ist oder oh ne alle sind weiß aus egal geben wir einfach den zwei jetzt weed und dann hoffen wir dass was weißes rauskommt ein weißes baby na komm liebe machen oh braun ach naja egal kommt halt braun da raus ich hab den jetzt gegen braun braun ist schön uh ich hab tausend essen dabei das ist natürlich sehr sehr geil schau doch das mal an oben noch mehr eisen super nice äh ich sehe was ich alles drin habe ey ich sehe voll geil ey wahnsinn das hab ich vorher vergessen was ich alles drin hab und ich muss mir jetzt Zeug ablegen hier weg damit weg damit brauche ich nicht 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 weg damit weg damit so viel essen brauche ich auch nicht rein damit wir können mal die ganzen die materialien raus tun dann das wäre gut das mache ich dann demnächst mal sogar stone nice sehr schön dann haben wir diese episode mal wieder gar nichts geschafft und ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns in der nächsten episode wieder wenn es heißt ist es ist fertig ja es war fertig es war das auch es ist fertig sagt wenn es wieder heißt wir pflanzen getreide und machen party harter mit und ja schon kennen muss doch sterben schön ein schönes oster wochenende ich habe ja noch ein paar vorher aufgenommen das ist dauert noch ein bisschen bis der hochgeladen ist ja irgendwann mal tschüss ich hoffe ihr hattet ein gutes oster wochenende oder ihr habt es noch je nachdem man es schafft den party hochzuladen jedes wird später sein egal gutes wochenende habt ihr gehabt ich weiß es was ich hoffe dass zu essen mädels wo und dann heißt es wieder napkin das wurde das breathing everyday tschüss macht's gut auf wiedersehen sie sahen napkins let's play hören sie nun bekenntnis von robert gernhard ich leide an versagens angst besonders wenn ich dichte die angst die machte mir bereits manch schönen reim zu schanden dankeschön